hallo und herzlich willkommen hierzu ich habe daran gedacht den timer zu stellen ist das nicht geil ja wir werden heute ein bisschen am haus weiter bauen ein bisschen ein bisschen viel was auch immer eher ein bisschen viel und ja dann gucken wir was daraus wird wir gucken davor aber mal kurz zum 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 feld und das kann ich davor schon zehn hat sich keine rote roten stein ja schon sehen die das feld ankündigen sag ich mal wo das feld in der mitte liegt und das feld sagt ernte mich wo in der wald wird stone limb ne cotton icy needle okay das war es das ist noch nicht fertig das schon das schon das auch das auch das auch dass das nicht das aber oder die mann weg rausgekommen wie geil so dann erst mal die hier und der rest wird aus denen hier gemacht passt und ja wieder ein bisschen essen was ich mir gerade gedacht habe ich kenne mich gar nicht aus wie viel das denn ungefähr kosten soll dass wir wertvoll die materialien sind ich meine ich weiß ja gar nicht was ich jetzt für eine erdbeere verlangen kann kann ich sagen was kann ich denn sagen vielleicht eine erdbeere ein holz aber das kommt mir so unglaublich teuer vorher aber naja dann werde ich das jetzt mal nicht verkaufen ich dachte nur dann vielleicht könnte ich daraus verkaufen so weiter das sieht echt geil aus von mir drinnen ich bin gerade beeindruckt von mir selber ja das ist definitiv geiler als ich dachte dass es jemals werden würde was denn denn ach nee wir müssen ja herstellen wir müssen ja herstellen so erst mal das hier das hier das hier hey endlich mal ein bisschen mehr ja die machen keine geräusche wenn man zählen oder abbaut ne ich glaube nicht dass ich jetzt einfach zu weit entfernt bin das sieht echt geil aus ja ich bin beeindruckt ja es sieht cool aus allerdings was heißt allerdings ich werde jetzt hier noch holz rein ziehen aber nicht so ach scheiße ich habe keine achse mehr so optimal ich möchte das aber gerne so nein nicht so haben das gibt es doch nicht wie kriege ich das denn jetzt zeitlich rein auf jeden fall erstmal sterben ne gut dann könnte ich kotzen ich habe mich gerade zu entschieden noch ein fenster rein zu machen äh hallo baum woher kommt der war ich da was gepflanzt ach ich habe keine oh gott ist das nervig wenn ich das denke ach ja ich habe eine axt scheiß drauf ja aber dann hat man gar keine axt das haut es doch nicht in mich dass wir ne das sieht scheiße aus das sieht definitiv kacke aus dann ziehe ich da Holzbrett herein aber natürlich auch hiervon äh hier der Hammer genau erstmal den Hammer jetzt hier ab dann werde ich hier die Holzbrett herein ziehen so hier zack 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 ne weil wir alle wissen wie ich schon oft erwähnte zack macht alles schöner zack 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 z Gott, dieses Baum nervt mich. Ich hab keine Axt, ich will nicht. Ich will nicht fällen. Ich muss da schon durch. Ich muss da durch. Also, jetzt hier durch, ne? Und jetzt muss ich meine Axt machen und dann den Baum fällen. Nicht, ich muss durch den Baum jetzt ohne Axt zu fällen. Axt vor. Falscher. So. Jetzt alles zusammen. Ist okay. Ich sehe meinen doppelten Mausklick nicht als doppelten Mausklick an. Was machen? No. Candy Flow. Ach, die kann ich schon essen, oder? Candy, Zucker, Blume. Was weiß ich? Ne, Candy heißt gar nicht Zucker. Candy heißt süß hier. Oder? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ne, Candy heißt süß hier. Ich kann... Es... Nein. Nein. Ich hab überhaupt gar keine Ahnung. Gar nicht. Ne, echt nicht. Gar nicht. So. Hallo. Ich bin daheim. Oh, wir haben eine Decke. So, dann werde ich jetzt erstmal rausgehen. Und das Dach weitermachen. Jetzt mal hier... Oh Gott. Das ist ja jetzt schon wieder kaputt gegangen. Das Dach spüren. Und das und das. Und ich bin auch nachgefallen. Und das. Und das. Und das. Und das. Und ich bin gleich wieder da. So, dann bin ich wieder. Ja, die Folge geht noch ein bisschen. Ja, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Sticks. Also gleich. Jetzt, her, komm, mach. So. Und das kommt in der Mitte und die Sticks außen rum. Und dann haben wir noch... Ne, Karl, das Blöcke brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur Sticks. Das ist okay. Karl, das Glück haben wir genug. Oh, okay. Das ist mehr, was ich erwartet hatte. Okay, dann haben wir ja nicht mal ein bisschen mehr von dem Zeug. Auch praktisch. Das werden wir nämlich definitiv noch viel brauchen. Oh. Das ist jetzt gar nicht gut. Oh, ich hatte das Ganze falsch eingeschätzt. Vielleicht haben wir dann da oben doch keinen Platz mehr. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Was weiß ich. So, hier noch ein bisschen. Hier brauchen wir die normalen Karpiners-Blocks. Was sehen wir denn? Lollern wir echt nur noch so be... Alter. Okay, das hat gerade ziemlich, ziemlich krass Blöcke gefressen. Ja, nein. So, ich komme wieder zuerst. So, wie wir den Karpinering starten werden. So, hier sind wir vier. So, so fischen wir trotzdem. Ich glaube, wir passt auch los. Ken 저도, mit lui, steuerlich Annual civli. So, ich jeden Fall nicht mehr führt. So, wir schauen uns nochmal auf das inn Labor. So, ich bin wieder, mimbiwvist. Untertitelung des ZDF, 2020